Die 50er. Eine Zeit des Aufschwungs. Eine Zeit des Wiederaufbaus. Und eine Zeit mit perfekten Voraussetzungen für den Beginn einer großartigen Partnerschaft. 1954 unterzeichnet Zeppelin den exklusiven Vertriebs- und Servicevertrag mit Caterpillar für die Bundesrepublik. Und über das ganze Land hinweg eröffnen neue Niederlassungen. Schnell erobern die Maschinen aus den USA die deutschen Baustellen. Sie befeuern auch den wirtschaftlichen Aufschwung. Der Start in das neue Zeitalter des Fortschritts. Und in Deutschland? Hier überzeugt Zeppelin mit einer einzigartigen Serviceflotte. Selbst in der nächsten Dekade, einer Phase wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen, beweisen Zeppelin und Caterpillar Innovationsgeist. Sie schaffen revolutionäre Neuerungen. Und sie setzen so mit wegweisender Technik und bestem Serviceangebot weiter Maßstäbe. Damals ahnt noch niemand, welche Wende die nächsten Jahre bringen werden. Die Wiedervereinigung löst einen Baumaschinenboom aus. Zeppelin erhält dabei die Vertriebs- und Servicerechte von Caterpillar auch für die neuen Bundesländer. Und nach dem großen Erfolg wird das Gebiet noch erweitert. Was folgt, ist eine Phase technischer Entwicklung. Auch bei den Baumaschinen. Im Fokus mehr Leistung, mehr Komfort und spezielle Produkte für spezielle Märkte. Spezieller werden auch die Kundenanforderungen in der Zeit der Digitalisierung und Globalisierung. Ideen verbreiten sich blitzschnell und Nutzerfeedback zählt immer mehr. Die großen Themen sind weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Emission und dabei mehr Effizienz. Und natürlich die Prozessoptimierung und die immer weiter steigende Servicequalität von Zeppelin und Caterpillar. Ganz unter dem Motto, Erfolg ist unsere Leidenschaft, setzen die Unternehmen auf das große Thema des Jahrzehnts. Nachhaltigkeit. So entstehen erste elektrische Maschinen. Viele große Geräte fahren heute schon autonom und moderne Online-Tools erleichtern verschiedenste Prozesse extrem. Heute umfasst Zeppelin 340 Standorte in 26 Ländern. Gemeinsam mit Caterpillar bildet der Konzern die größte Vertriebs- und Serviceorganisation der Branche. Und das Ziel für die Zukunft ist klar. Immer weiter, immer besser. Auf viele weitere Dekaden Erfolg. Zeppelin und Caterpillar.